So, das neue Update ist da und worauf jeder gewartet hat, das Respawn-Auto Neustadt-Bus bringt eliminierte Teammitglieder zurück ins Spiel. Und dann habe ich im Splint noch ein paar neue Sachen bekommen, zum Beispiel diesen Skin hier. Das ist eine andere Version vom Reflex-Skin, also die bekommt man glaube ich nur, wenn man den Reflex-Skin wirklich durch die Grafikkarte geholt hat und sich hier nicht im Shop gekauft hat. Und dann noch das geilste, die Hake hier, die ist glaube ich von Rette die Welt, ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall mega nice. Dann hier der neue Shop, es gibt neue Skins, finde ich jetzt nicht so geil, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts und im Shop bei Unterstütz1Creator meinen Creator-Code angemündet, ARINFN, dann annehmen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, wer Helmut in meiner Lobby ist. Kann ich mal Hallo sagen? Hi, was geht? Wahrscheinlich erkennt ihr es an der Stimme, es ist It's ACTV. Er kann gerade in seinen richtigen Account nicht rein, deshalb hat er sich jetzt eine neue erstellt. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt ein bisschen durchspielen und den neuen Respawn-Ban, das neue Respawn-Auto testen. Und ich habe gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht mal abonniert haben. Also ja, an alle, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und dann, ja, los geht's. Okay, komm, lass pleasant. Jo. Ey, hier ist das Auto. Guck mal in der Mitte. Oh, was? Ah. Ja, okay, ich glaube, das gibt es in jeder Stadt. Na, ja, meinst du? Ich habe da einen Schreigörer. Der Hund, der Hund von dem. Das war ein Hund. Ey, ich habe keine Waffe. Oh mein Gott, hier sind zwei Echsen. Da sind zwei Echsen. Oh mein Gott, Hilfe. Hab ihn. Nice. Schade, dass er dich nicht gefinisht hat. Ja, Mann, ich hätte ihn ja auch. Ich will das Auto ausprobieren. Gegner. Komm, wir haben beide Minigun. Ey, der Arme. Der Arme, Alter, der kann nichts machen. Warte. Auf seinen Nacken wird getanzt, guck. Warte, warte. Aber du musst ihn net finishen. Komm, Minigun. Nein, nein. Nein, oder? Um mein Tanz zu Ende war, kriege ich eine Nackenstelle. Lass ihn mich finishen, Arja. Lass ihn mich finishen. Die Minigun ist eigentlich so nice. Ja, die bringt schon viel. Komm, ich lasse dich jetzt einfach mal sterben. Was? Damit ich, hey, damit ich, äh, Hä? Willst du, dass du sterben? Hä? Ich will das ausprobieren unbedingt. Hä? Frag mich erstmal, ob ich sterben will. Frag mich. Krammel mal da hoch. Okay. Los, ich sterbe jetzt. Mach! Oh, Mann, Digga. Sammle die Neustart-Cats von Helmut auf. 81 Sekunden. Ah. Nutze einen Neustart-Pos, um Teammitglieder wiederherzustellen. Okay. Okay, und jetzt? Ich bin tot. Erfordert Neustart-Cats. Oh mein Gott! Hey, wie geil! Wo bin ich? Was ist passiert? Hey, komm. Spiel weiter. Was? Du hast 100 Leben. Du hast keine Waffe, oder? Nein, du hast eine Pistole. Man spawnt mit einer Pistole. Mit einer grauen Pistole. Ja, man kann, ich, man kann, glaube ich, pro Bus nur einmal wiederbeleben. Meinst du? Wiederbeleben. Oh, guck genau hin, das lädt sich auf. Ach, keine Ahnung. Doch, guck genau hin, das lädt sich auf. Ja. Hey, aber das ist ja viel zu OP. Wie man so einfach sein Teammate wiederbeleben kann. In Squad kann das, glaube ich, geil werden. Wenn man dann seine Teammates wiederholen kann. Das wäre da, glaube ich, zu geil. Jo, ich hab, ich hab Tränke für dich. Hier. Danke. Komm, lass schnell, äh, Zone müssen wir. Jo, warte. Wir haben doch noch Zeit, die Zone kommt doch noch gar. Doch, es kommt. Ah, da ist auch das Auto vorne bei Loot Lake. Ja, okay, es gibt voll viele davon. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Respawn Auto findet. Ob ihr das so stark findet. Also, ich glaube, für Midget ist das ganz gut. Es hat ja wieder Spaß am Spiel. Ey, hast du ne Pump? Hast du ne Pump? Ich hab noch ne Tag, Alter. Hier. Was? Danke. Fairer Tausch. Das ist überhaupt nicht fair gewesen. Oha, wie viel. Da vorne liegt's am Boden. Wurde grad die Mappida belebt? Komm, lass schnell, Zone. Hey, warum sind da irgendwo Gegner, Alter? Ey, die Hacke ist so geil, ne? Ja, meins war geil. Ich stehe da, weil ich hier ganz hinten auf 165. Ganz, ganz weit hinten. Vorne auf 165. Oh, 105 war hit. Ja, 105 war hit. Ja, der will mich pushen, Digga. Ich würde sagen, jetzt push du mit. Ey, neben mir. Wie, neben dir? Oha. Dieser. Ja, lass die holen. Vorne auf 165. Wer machen? Oh, ich hab einen. Wie, du hast einen? Ich hab einen gesnipet. Mit Morden komm. Ja, schießt er, schießt es oben auf. Schießt einfach rein ein bisschen. Jo, warte, mach ich. Schießt einfach rein. Hört auf, der wieder lebt. Was? Hat er den wiederbelebt? Ja. Hä? Wie schnell sieht das? Habe ich ihn mit Hacke geholt. Nice. Nice, nice. Ich hab den mit Schwitzhacke geholt, den einen. Hast du noch Schild oder so? Ja. Ja. Hat er her. Danke. Die Snap'n war meine. Danke. Oh, ich hab einen. Oh mein Gott. Einen hab ich gesnipet. Warte kurz, ich snipe den anderen auch noch. Wenn du es entkriegst. Warte kurz. Warte, ich baume kurz hoch. Drei, zwei, eins und. Ghost-Hit? Hä, seit wann kann man mit der Sniper Ghost-Hits machen? Da, er fällt runter. Hab ihn. Nice. So, warte, die Sniper würde ich eigentlich gerne... Ja, dann machst du. Du fertig? Ja, hier. Hat sie hier noch? Hä? Shit. Ich... Ah, R2 macht man ins Maximum. Also, es hat sich ja alles geändert. Ey, warte, ich hab ein Geschenk für dich. Das wird dich sehr freuen. Bam. Oh, warte, nein, das sind zu wenige. Ich hab schon sieben. Ja, fast, danke. Komm, mach mal so eine... Ich will mal kurz die Minisi. Warte, komm, du kannst eigentlich zwei nehmen. Und die Medi-Kids, falls du mitnehmen kannst. Ja. Ich hab nur Hängegleiter, ne? Also, falls du auch Hängegleiter hast, dann komm. Hab ich. Oh, die Zone kommt. Äh, vorne auf SO sehe ich welche. Ja, ich auch. Da vorne siehst du die. Hä? Wieder Ghost Hit. Was ist das denn? Einer 105er Hit. Ah, er fliegt weg. Oh mein Gott, hab sein Kuppel gefinished. Nice. Wurde vom Sturm erfasst, was? Ja. Hey, wie konntet ihr einfach vom Sturm sterben? Keine Ahnung, vielleicht war der AFK. Hat es aber zu spät bemerkt. Keine Ahnung. Irgendwie ist die 90s auch anders geworden. Merkst du das auch? Nein. Lehrer. Irgendwo. Der wollte mich hier irgendwo runterschießen. Ich merke gar nicht, wo die sind. Vielleicht sind die da drin. Es ist nur einer noch. Wo ist denn der? Er schießt mal ein paar Raketen einfach ins Dingsfeld. Jo, mach ich. Ah, ich sehe ihn. Warte, ich noscope ihn. Hör auf, hör auf, ich noscope ihn. Warte, ich will ihn noscopen. Lass ihn, okay? Jo. Oh mein Gott, noscope. Nice. Geil, Alter. So, das war es auch schon mit dem Video. Leider nur 8 Kills, aber ich wollte eh nur das Neustart Auto testen. Falls euch das Video gefallen hat, das gerne mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. incor Vielen Dank.